Persönliche Entwicklung beginnt mit Selbsterkenntnis. Dabei stellen sich viele die Frage, wie kann mir Selbsterkenntnis dabei helfen, mich persönlich weiterzuentwickeln? Genau an dieser Stelle knüpfen unsere Assessments an. Eine Bibliothek bestehend aus unterhaltsamen, wissenschaftlich fundierten Tests, die deinen Mitarbeitenden dabei helfen, ihre Eigenschaften, Fähigkeiten und Talente in bestimmten Bereichen zu ermitteln. Die Kombination aus Selbsterkenntnis und anschließende Lernempfehlungen bieten die perfekte Voraussetzung, um sich erfolgreich weiterzuentwickeln. Lass uns direkt einsteigen! Willkommen in unserer digitalen Assessment-Bibliothek. Alles, was du hier findest, wird deinen Mitarbeitenden helfen, wertvolle Erkenntnisse über sich selbst zu gewinnen und der Spaß kommt aber nicht zu kurz. Denn sobald die persönliche Entwicklung deiner Mitarbeitenden zu einem tollen Erlebnis wird, greifen sie auf genau solche Angebote immer wieder gerne zurück. Uns ist bewusst, dass deine Mitarbeitenden viel zu tun haben. Deshalb liefern ihnen unsere Assessments kurze und aussagekräftige Selbsteinschätzungen in weniger als zehn Minuten. Auch wenn sich die Assessments schnell durchlaufen lassen, steckt eine Menge Arbeit dahinter. Gemeinsam mit den besten Psychologen, Forschern, Grafikern und vielen weiteren Experten haben wir uns mit zahlreichen Studien, Modellen und Datenanalysen auseinandergesetzt. Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse und Erfahrungen deiner Mitarbeitenden garantieren wir qualitativ hochwertige Auswertungen. Lass uns einen Blick in unsere Assessments-Bibliothek werfen. Hier findest du zahlreiche Tests, die sich in vier Hauptkategorien unterteilen lassen. Beginnen wir mit unseren Assessments zum Thema Identität. Diese helfen deinen Mitarbeitenden mehr über ihre Persönlichkeit herauszufinden, zu erkennen, was sie ausmacht und welchen Kommunikationsstil sie bevorzugen. Indem deine Mitarbeitenden durch unsere Assessments mehr über ihre Persönlichkeit erfahren, wissen sie genau, in welchen Bereichen sie sich weiterentwickeln und ihre Stärken noch weiter ausbauen können. Doch das ist noch nicht alles. Sobald deine Mitarbeitenden ihre individuellen Ergebnisse mit dem Team teilen, können sie besser auf die jeweiligen Stärken oder Fähigkeiten der anderen eingehen. Weiter geht's mit unseren Assessments zum Thema Vitalität. Mithilfe dieser Assessments fördern deine Mitarbeitenden ihr mentales und physisches Wohlbefinden und lernen, achtsamer mit sich umzugehen. Indem sie Einblicke in ihr persönliches Wohlbefinden erhalten, sind sie sich ihrer aktuellen Gefühlslage bewusster und können ihre persönlichen Ziele noch besser verfolgen. Jetzt geht's um maximale Leistungsfähigkeit. Welcher deiner Mitarbeitenden besitzt die richtigen Fähigkeiten, um das nächste Projekt zu leiten. Bei den Assessments zum Thema Leistungsfähigkeit geht es darum, Zusammenhänge zu erkennen, die besten Lösungen zu finden und eine Menge Tipps und Tricks zu erhalten, um das eigene Gehirn stets zu trainieren. Schließlich gibt es noch unsere Assessments zum Thema Fähigkeiten. Diese Tests helfen deinen Mitarbeitenden, ihre Superkräfte zu entdecken und diese in vollem Maße auszuschöpfen. Von Excel bis hin zu Englischkenntnissen. Wir lassen keine Fähigkeit aus. Jetzt hast du einen Überblick über den Aufbau unserer Assessment-Bibliothek erhalten. Hier findest du Assessments zu den Themen Identität, Vitalität, Leistungsfähigkeit und Fähigkeiten. Wir erweitern unsere Bibliothek regelmäßig mit neuen und relevanten Inhalten. Somit stellen wir sicher, dass deine Mitarbeitenden niemals aufhören, Neues über sich zu erfahren. Bestimmt möchtest du jetzt wissen, welche Inhalte sich hinter unseren Assessments verbergen. Lass uns einen genaueren Blick darauf werfen. Zunächst erhältst du einen Überblick über die Lerninhalte, die dich und deine Mitarbeitenden erwarten. Sobald du die Anweisungen gelesen hast, startest du mit einer kurzen Aufwärmphase. Noch eine Testfrage und dann geht's los. Unsere Assessments bestehen aus maximal vier Runden, die aus Multiple-Choice-Fragen, Rankings und offenen Fragen bestehen. Viel Auswahl für maximale Konzentration und Unterhaltung. Cool, oder? Unsere digitale Assessment-Bibliothek enthält die passenden Tests für alle deine Mitarbeitenden. Sie sind jedoch noch nicht ganz am Ziel, sobald sie eines der Assessments durchlaufen haben. Denn jetzt ist es an der Zeit, sich die Ergebnisse genauer anzuschauen. Diesen Teil finde ich besonders spannend. Auch wenn unsere Tests auf wissenschaftlich fundierten Modellen basieren, bereiten wir die Ergebnisse auf verständliche Art und Weise auf. Nach einer kurzen Zusammenfassung kannst du dann tiefer in die jeweiligen Ergebnisse eintauchen. Hier erhältst du detaillierte Angaben zu den gemessenen Komponenten inklusive leicht umsetzbarer Tipps. Denn uns ist es wichtig, nicht nur über die Erkenntnisse zu sprechen, sondern sie auch in die Tat umzusetzen. Das alles kombinieren wir mit einer individuellen Auswahl unserer Online-Trainings. So können deine Mitarbeitenden den nächsten Schritt in ihrer persönlichen Entwicklung gehen und das alles mit den Lerninhalten von Good Habits. Da die Testergebnisse sensible Daten beinhalten, sind sie nur für den jeweiligen Mitarbeitenden zugänglich. Aber weil wir wissen, wie wichtig Teamwork ist, haben wir eine Möglichkeit entwickelt, die Lernenden zum Teilen ihrer Ergebnisse zu motivieren. Sie können den Bericht herunterladen und anhand weiterer hilfreicher Dokumente die eigene Auswertung reflektieren. Zum Beispiel können sie mit einer Gesprächskarte die Konversation mit ihrer Führungskraft starten oder mithilfe eines Workouts mehr über das eigene Team erfahren. All diese Angebote unterstützen dein Unternehmen dabei, persönliche Entwicklung in den Fokus zu rücken. Genau wie bei unseren Online-Trainings werden wir auch bei den Assessments über den gesamten Implementierungsprozess in deinem Unternehmen an eurer Seite sein. Dein Good Habits Coach hilft dir dabei, das Angebot euren Bedürfnissen entsprechend einzusetzen, sodass ihr Good Habits bestmöglich nutzen könnt. Hast du Lust, mehr über unsere digitalen Assessments zu erfahren? Dann vereinbare einen persönlichen Termin mit einem unserer Lernexperten oder teste Good Habits 14 Tage kostenlos. Mach Lernen zur guten Gewohnheit mit Good Habits.